Deutschland. Ein Sommermärchen. Das WM-Tagebuch von Sönke Wortmann. Aufgezeichnet von Christoph Biermann. Vorspann. 30. Juni 2006, Berlin. 19.42 Uhr. Einen muss Jens Lehmann noch halten, dann ist Argentinien besiegt und wir sind im Halbfinale. Arm in Arm stehen die Spieler im Anstoßkreis. Die Zuschauer auf den Rängen und wir am Seitenrand. Meine Arme liegen auf den Schultern von Harald Stenger und Flavio Battisti. Die Kamera liegt irgendwo herum. Ist sie eigentlich noch auf der Ersatzbank? Ist sie schon geklaut? Egal. Jetzt bin ich nicht mehr Dokumentarfilmer. In diesem Moment ist es wichtiger, dass ich meine Energie darauf konzentriere, dass die richtigen Eschmeter ins Tor gehen und die anderen nicht. Die Energie fließt. Tim Borowski verwandelt zum 5 zu 3. Wenn Jens den nächsten Schuss abfährt, sind wir durch. Man sieht die Angst im Gesicht des Argentiniers. Ahnt Camillazo schon etwas. Er läuft an und schießt mit links. Der Ball fliegt halb hoch nach rechts und Jens springt. Er hat ihn. Wir reißen die Arme hoch und rennen los. Wir sind im Halbfinale. Und ich bin mitten in dem Traum, den gerade Millionen in Deutschland träumen. Jubelnd auf den Straßen und Plätzen, in Kneipen oder daheim in ihren Wohnungen. Ich laufe auf die Traube von Spielern zu, mit denen ich unter einem Dach lebe, mit denen ich esse, ins Stadion fahre und in die Kabine gehe. Komisch. Während ich renne, frage ich mich, was ich hier eigentlich mache. Beim Viertelfinale der Weltmeisterschaft auf dem Rasen des Olympiastadions in Berlin. Unterwegs zum Helden des Spiels. Jens Lehmann stiert apathisch auf den Rasen. Er jubelt und lacht nicht. Er ist in einer anderen Welt. Er steht einfach nur da. Und als ich ihn anschaue, fällt es mir wieder ein. Ich laufe zurück, um meine Kamera zu holen. Zum Glück ist sie noch da. Und ich drehe so viel, wie es geht. Ausfallspieler 7. Februar 2005 Düsseldorf Eigentlich bin ich sonst eher nicht aus der Ruhe zu bringen. Aber an diesem Abend war das anders. Ich saß in der Lobby des Mannschaftshotels in Düsseldorf, wartete auf Oliver Bierhoff und sah die Spieler zum Essen schlurfen. Ich war aufgeregt, obwohl mich Stars sonst nicht nervös machen. Es gehört zu meiner Arbeit als Filmregisseur, mit ihnen zu arbeiten. Ich hatte auch schon genug mit internationalen Stars zu tun, um zu wissen, wie man mit ihnen umgeht. Ich respektiere die Arbeit von Schauspielern. Manche sind großartig. Aber ich kann nicht sagen, dass ich sie bewundere. Wenn ich hingegen Nationalspieler sehe, gehe ich merkwürdigerweise wie selbstverständlich davon aus, dass sie älter sein müssten als ich. Für mich sind es die Großen, die da Fußball spielen. So wie früher, als ich in der Jugend des TSV mal Hüls spielte und den deutschen Nationalspielern im Fernsehen zuschaute. Günter Netzer etwa mit seinem wehenden Haar. Das ist lange her, aber das Gefühl ist geblieben, obwohl doch selbst Oliver Kahn zehn Jahre jünger ist als ich und Arne Friedrich 20 Jahre. Eigentlich bin ich sogar älter als Jürgen Klinsmann, Oliver Bierhoff, Joachim Löw und Andreas Köpke. Doch bei Ihnen und diesen Fußballspielern spüre ich einen ganz besonderen Respekt. Sie tragen den Trainingsanzug des Deutschen Fußballbundes. Seit ich als Kind mit dem Fußballspielen begonnen habe, war es für mich immer etwas ganz Besonderes, in einer Auswahlmannschaft berufen zu werden. Als Jugendlicher schaffte ich es in die Kreisauswahl Recklinghausen, worauf ich unglaublich stolz war. Später als Senior in der Westfalenauswahl hatten wir schöne Reisen unternommen, einmal sogar bis in die Vereinigten Arabischen Emirate. Aber an diesem Abend in Düsseldorf sollte ich vor die Auswahl der Auswahlen treten, vor die deutsche Fußballnationalmannschaft. Und ihre Reaktion könnte das Ende aller Bemühungen der letzten drei Jahre bedeuten. Begonnen hatten sie im Sommer 2002 während der Dreharbeiten zu »Das Wunder von Bern«. Der Schauspieler Simon Verhöfen, der Ottmar Walter spielte, machte mich damals auf dem Film »Les yeux dans le bleu« aufmerksam. Dessen Regisseur Stéphane Meunier hatte die französische Mannschaft während der Weltmeisterschaft 1998 begleitet und einen Film darüber gemacht. Von dem hatte ich vorher noch nicht gehört. Weil es ihn nur in Frankreich gab, besorgte ich mir die DVD übers Internet. Und als ich mir den Film anschaute, saß ich fassungslos vor dem Fernseher. Das gab's doch gar nicht. Meunier filmte tatsächlich in der Kabine direkt vor einem Spiel der Weltmeisterschaft. Er war bei der Mannschaftsbesprechung dabei und man hörte, wie Nationaltrainer Émile Jacquet in der Halbzeitpause topte oder wie Zinedine Zidane auf der Massagebank seine Späße machte. Beim Elfmeterschießen gegen Italien saß Meunier neben Robert Pires auf der Bank und filmte, wie der sich an den Fingernägeln kaute. Der Film war für mich ein unglaubliches Erlebnis. Und ich wusste sofort, das will ich auch. Wie schwierig, so etwas umzusetzen war, dafür war Les yeux dans le bleu jedoch auch eine Warnung. Frankreichs Nationaltrainer Jacquet hatte sich zu einem Projekt durch den Besitzer des französischen Pay-TV-Senders Kanal Plus überreden lassen. Ein halbes Jahr vor Turnierbeginn. Es lief auch alles gut, bis Meunier kurz vor dem Finale Frankreich gegen Brasilien unvorsichtigerweise in einem Zeitungsinterview damit protzte, was für sensationelle Bilder er gemacht hatte. Das brachte den Boss von Kanal Plus auf, weil er als Reaktion darauf ein Konkurrenzprogramm im französischen Staatsfernsehen befürchtete und so hob er voreilig eine unautorisierte Rohfassung des Films ins Programm. Der französische Sieg im Finale beruhigte die Gemüte etwas. Doch als bei der Europameisterschaft 2000 ein Nachfolgeprojekt gemacht werden sollte, wollte der neue Nationaltrainer Roger Lemaire zumindest keine Kameras mehr in der Kabine haben. So war der zweite Film nicht mehr so intim wie das Original und der dritte Anlauf scheiterte auf der ganzen Linie. Bei der Weltmeisterschaft 2002 wurde aus dem gedrehten Material nicht einmal ein Film, weil die Franzosen schon in der Vorrunde ausgeschieden waren. Bei der WM 2006 in Deutschland hatte der französische Mittelfeldspieler Wiecache Dorasseau stets eine Kamera dabei und brachte seine Mannschaftskameraden mit dem Plan eines Fernsehfilms gegen sich auf, weil sie gedacht hatten, er würde nur privat drehen. Nach dem Ende der Dreharbeiten von Das Wunder von Bern begann ich vorsichtig bei den Leuten im Fußball vorzufühlen, die ich kannte, um bei der Weltmeisterschaft 2006 etwas Ähnliches wie die Franzosen zu machen. Ich wollte die deutsche Mannschaft als Gastgeber der Weltmeisterschaft mit der Kamera durch das Turnier begleiten. Also nahm ich Kontakt mit Wolfgang Niersbach auf, der Vizepräsident im Organisationskomitee der WM 2006 war. Niersbach hatte uns bereits beim Wunder von Bern sehr geholfen, weil ich den Film nicht ohne den Deutschen Fußballbund machen wollte. Dort waren sie erst sehr skeptisch gewesen, weil sie befürchteten, dass sich den Mythos der WM 1954 zerstören würde. Dabei war ich gerade der Meinung, dass man den Mythos durch einen Film am Leben erhalten und weitertragen muss, gerade für die jüngeren Zuschauer, die noch nie davon gehört hatten. Niersbach hatte das als erster verstanden und war im Verband ein großer Unterstützer des Projekts gewesen. Deshalb habe ich ihn wieder angerufen, doch diesmal war seine Antwort alles andere als ermutigend. Das mag in Frankreich gehen, aber in Deutschland? Nie im Leben, vergiss es. So schnell wollte ich aber nicht aufgeben, zumal ich im Herbst 2003 den damaligen Teamchef Rudi Völler kennenlernte. Also fragte ich ihn direkt, ob er sich einen solchen Film über die deutsche Nationalmannschaft bei der WM im eigenen Land vorstellen könne. Und Völler sagte erst einmal, Jein. Als ich Anfang 2004 noch einmal fragte, sagte er wieder Jein. Drei weitere Monate später hörte ich mein drittes Jein und damit waren inzwischen schon gut zwei Jahre vergangen, seit ich auf den Film der Franzosen aufmerksam gemacht worden war. Die Idee, den Frankreich-Film für die WM 2006 zu adaptieren, hatten nach mir noch andere Leute. Ich verlor ein bisschen die Lust daran und hatte innerlich fast schon aufgegeben, weil mein Eindruck war, dass Rudi Völler eigentlich nicht wollte. Doch dann kam die Europameisterschaft 2004 und sein überraschender Rücktritt. Plötzlich gab es mit Jürgen Klinsmann einen neuen Trainer und mit Oliver Bierhoff erstmals einen Manager der Nationalmannschaft. Also fragte ich noch einmal, denn zumindest das wollte ich getan haben, um mich hinterher nicht ärgern zu müssen, dass ein anderer es machen durfte. Ich war erstaunt, dass weder Bierhoff noch Klinsmann den französischen Film kannten, also schickte ich beiden erst einmal die DVD. Es dauerte jedoch viele Wochen, bis sie sich den Film überhaupt mal anguckten. Ich hatte erwartet, dass einen ehemaligen Profi nichts mehr als ein solcher Film interessieren würde, zumal Klinsmann und Bierhoff mit oder gegen einige von den Franzosen selbst noch gespielt hatten und beim Turnier in Frankreich selber dabei gewesen waren. Aber das hatte ich völlig falsch eingeschätzt. Die WM aus Sicht des Weltmeisters zu sehen, fanden sie nicht sonderlich aufregend, wie Bierhoff mir später erklärte, weil ein ehemaliger Profi das Innenleben von Mannschaftskabinen zu oft selbst erlebt hat. So vergingen erneut etliche Wochen, in denen immer mehr Regisseure mit der gleichen Filmidee an den DFB herantraten. Ich dachte, es wäre für den Verband bestimmt ein weiterer Grund, das Projekt von vornherein zu stoppen. Wenn zu mir zehn Leute kommen und ein Regiepraktikum machen wollen, wehrt mir das schon deshalb zu viel, weil ich nicht neun von ihnen absagen möchte.